ARD Text im Auftrag von Funk Ach du levelst auch? Boah, muss da auch mal ein Level drin sein. Ich weiß immer nie, was ich mir hier kaufen soll und so weiter. Irgendwie, naja, haben wir ja schon oft genug gesagt. Ja. Aber ich finde das so blöd, dass hier nicht angezeigt wird, ob das mehr oder weniger ist als meine jetzige Rüstung. Das finde ich so kacke. Oh, geil. Oh, geil. Mit der Asche kannst du hier Titanitbrocken und sowas kaufen. Und funkelt Titanit und Titanischuppen. Zwar arschteuer, aber du kannst ja kaufen. Okay. Aschenmann. Willkommen nach Hause und spreche zu dir. Ach ja. Aufsteigen. Nun gut. Dann berührt das Finsternis. Blablabla. Nein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seelen. Erkortschleppeln. Wie sollst du sie berühren? Kein Ding. Das ist wie für Voraussetzung. Hm. Dopp und Englisch. Nr. Dopp und ein Mimic. Hm. Stau mal ein Glück. Was ist nochmal eigentlich Glück? Findung. Mehr nicht. Items. Da noch so Resistenz. ... ich nehme noch hoch. Item Drop? So, Titanit und so weiter? Oder Waffen? Gibt's doch noch Ringe bestimmt für. Denk ich auch. Das kann mir noch ein bisschen stärker sein. Farewell, Aschen. Farewell! Oh, der Hawkwoods Grasklinge vom Schmied bekommen. Einen Moment. Ja, ist sehr gut. Ne, da. Uh, Grüße. Hawkwoods Grasklinge. Mach nochmal zurück. Einer nach links. Ne, also, die Pfeile waren... Ich hab das Symbol nicht gesehen, von daher kann ich es nicht sagen. Da sind sie. Ah, Schlüssel. Nachricht von Hawkwood, den hat man gerade berufen. Ein Schmied aufgebaut. Er hat uns nicht sagen können, was uns sagen will. Mama Fieck. Unbefügt die Grasklinge von Hawkwood, den Reserteur der Untotenlegion. Traditionsgemäß überbringt die Untotenlegion mit der Grasklinge nur die gravierendsten Nachrichten. Kommt zu Vons Mausoleum. Nur einer kann dem Vater wollten nochmal folgen. Was? Was ist denn viel geredet, wenn ich gesagt? Faren Keep ist das, ne? Ähm... Was muss ich sagen? Das macht scheiße. Ja, komm erst mal zu mir. Ich lese das mal eben kurz durch. Oh Gott, der hat es gehört. Sofort. So... So... Ach so. Ähm... Du hast jetzt anscheinend zwei dieser Steine hast du jetzt schon. Ähm... Ja, aber die müssen wir hier sein. Von diesen Dragonstone, meine ich. Vielleicht. Verstehe mich, wenn du da genau. Drachenkörperstein. Ich hab auch zwei. Ja, du hast den dritten doch auch noch, ne? Du hast sie noch eingekriegt. Kopfstein, Körperstein. Funkhunderte. Ja genau. So, und wenn ihr jetzt nämlich hier zu den Bonfire gehst, wo wir diesen Abyss-Watcher bekämpft haben, musst du dagegen gegen Hawkwood kämpfen. Und wenn ihr ihn besiehst, kriegst du noch den vierten Stein. Ja genau, dann kriegst du den vierten Stein. Und wenn du gegen ihn verlierst, dann verlierst du aber alle anderen Drachensteine. Das heißt, du kannst wahrscheinlich nur Drache werden, wenn du... Äh... Wie heißt das? Wenn du alle hast. Oder... Wie ist das jetzt? Dass ich jetzt mal im Ausdruck... Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ja, die kann ich nicht benutzen. Wahrscheinlich kann ich die nur benutzen, weil ich entweder, wenn ich nackig bin, oder wenn ich... Wenn ich... Ähm... Ja, es ist... Irgendwas Spezielles mache. Ja, mir ist egal. Ähm... Können wir machen, müssen wir nicht. Ich habe gerade gesehen, ich habe noch extrem viele normale Seelen. Hm... Könnte ich ja auch noch alle einsetzen hier, ne? Noch ein bisschen leveln. Würde vielleicht sich machen. Schon noch ein paar hunderttausend. Gut. Dann reist du doch mal eben zu dem... Erbesding-Sprung. Alright. Da war das, ne? Ja. Uh, bin nervös. Du hast nur eine Chance. Ja, deswegen. Okay. 13 Stück Benutzung kriege ich die ganze sehen. Oh, das nervt, dass ich jetzt jedes Mal wieder in das scheiß Menü rein muss. Ach, das ist, was nur eine Seele wert ist, ne? Ist das... Ach, das ist nur eines... Ne, muss ja mehr sein. Aber auch nur ein bisschen. 50. Es nervt, dass ich jedes Mal in das scheiß Menü wieder rein muss. Ja. Oh, Gott. buddy Leute. Waste. Ja, wieso? Ah, hier, das wisst mich. Verachtet mich, wie ihr wollt. Ich werde nehmen, was euch zum Sachen braucht. Ja, dann hau rein. Ja, da kann nichts. Ne? Ja. Ja, auch nicht mehr. jetzt war hier diese eine boss waffe die warum ich jetzt da oben schon wieder einen von wall a was sind auch der heils ich helfe das sei nicht zu weit weg Ich habe ihm gerade irgendeine Blut gegeben. Scheiße! Du bist wie Oha! Ich glaube nicht, dass ich das jetzt alles durchwirken kann, ey. Schwerer Kettenbringer, scharfer Kettenbringer, gealterter Kruder Kristall. Junge, ey, wie oft heilst du dich denn? Was ist denn Hohler? Das ist mir alles viel zu viel hier, echt. Was ist denn, warum tritt der einen denn dann? Kannst du auch. So lange, dass ich langsam keinen Bock mehr auf den Typen habe. Beste Moment zum Meilen. Äh, ja. Ich kann also mal eben da hin und gucke auch, dass ich diesen Stein kriege. Kann man ihn wieder abbauen? Versuch es doch mit diesem Schwert, äh, mit diesem gewundenen Fragment da. Ja, kannst du. Kannst du ihn nicht mit deinen Angriffen unterbrechen? So ein Schwein. Ich lege mein Zeilen hier hin, ne? Mhm. Dann gleich für dich. Dann machen wir das Hävelsche noch. Und dann willst du tatsächlich hier diesen Gegner machen. Junge, Junge, du hast hier überhaupt vorgenommen. Tja, müssen wir ja wohl. Stimmt. Obwohl eigentlich auch wieder nicht, ne? Stimmt. Sag, wenn du da bist. Wenn du da bist. Ich hab's da hänglich. Ist es schon? Guck mal da. Oh, hier ist ein Bogenspieler. Hm. Wo sind denn nochmal die? Hanna. Grand Archives. Ganz oben, nach Luftwirkasse. Ach ja. Hör wir mal kommen. Okay. Hallo. Aber... Äh... Ne, das war hier, ne? Ja, ich wart immer auf, Hanna. Wieso, kommt noch einer. Komm mit mir, Hanna. Ja, das war ja was. Warten. So, da sind wir schon. Hier ist schon mal zu... You can't stop the rock. You can't stop the rock. You can't stop... Oh nein, das Vieh. Ich hab das Vieh vergessen. Kein Problem. Wo ist Hanna? Hannas Problem. Wo ist noch Hanna? Hanna! Hanna ist da unten noch. Ich hol schon mal Haveln, ne? oh der kann sich aber schnell drehen durch einen schritt glaube ich bin zu nah dran gegangen der kann sich aber schnell umentscheiden bei seiner gegnerwahl ist hannah da und wenn ja warum nicht das machen wir noch zwölf mal hat nicht geklappt reagiert über ist das habe ja eine rüstung an die mutter der agilität aber ist eigentlich ein geschicklichkeitsspieler stiefel kreis es war jetzt nix da heilung was ist er gebufft er also zum glück heilt er sich nicht aber kurz vor ort das erste mal und im dag wird eins an der ist geiler mega ich bin tot dann denkst du scheiße ich ja komm wenn ich mal nicht schon weg Nö, da rennt er eh nicht hinterher. Ja, ein bisschen rennt er dir hinterher. Nur da hat er dich getroffen. Ach, so ein Schwein! Na gut, dann hast du natürlich alles Termina verloren. Ah, dann will er ja nicht mit mir spielen. Nee, auf gar keinen. Finde ich voll öde. Nur so einer. Ich wette, Anna kommt am Ende und gibt ihm den finalen Schlag. Naja, du hast zumindest etwas geleistet. Äh, mehr als du! Das möchte ich nicht bauen. Äh, auch. Nicht, äh, ne? Ja. Nein. Zu voreilig werden. Damn, da ist er down. Down. Was gibt's? 4.000 Seelen. Immerhin! Und Drachenzahn und sein Großschild. Wieder was, um ihn in eine Kiste zu packen. Und was ist er da? Okay. Scholle! So, dann ring mal deine Bell. Ach, er ist ja immer noch da. Schlegt die sich eigentlich den Übel hoch, oder was macht die? Ich hab keine Ahnung. Plunting Attack! Abbauen! Hasenfuß-Taktik! Einsteigen! Albert! Tja, das ist jetzt nicht mein Problem. Provi nochmal Ritscher! Oi! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Was ist das Hallo denn für die Scheiß-Taktiklampe, ey! Entschuldigung! Warum? Er grüßt und sie greift an! Ja, richtig so! Gleich sagen, wo es lang geht! Finde ich vollkommen in Ordnung! Alter, Fogwood! Alter, Fogwood! Das ist doch jetzt ein Scherz hier! Die haben mein Schild oben, du! ovo! Nee Sure noch Hanna! Han selber? Hanna hab sogar Schwiss, oder was? Jaja! Hall just, wie krass! Nee, dann 23, Meines Han einer, Sonnenlicht-Kriegerin. ach ich selbst meinen zeilen legen verstehe ich lege es mal hier so innen wenn er von von draußen kommst also jetzt links hinter dir da wo hannah fast steht die ist das die rüstung von der tänzerin irgendwie fast gedacht weil die auch so ein schleier und seine ja so sieht ihr aus hannah ist ein dancing queen ich hab dir immer für tolles tanzen noch mit so hast du schon die glocke geläutet dann auf geht die wilde verhalte dich teilhaben lassen ja mach mal das falsche weg ich schon also habe ich gerade einen schrecken gekriegt ich habe das aufgemacht da war das schwarze bildschirm ist das so haben wir auch vergessen aufzunehmen Eierer schrocken dieser diese Stelle runtergekommen dieser Domboros jetzt bist du falsch oder doch bei den Unternehmen wir sind da oben stehen hier auf dem auf dem Nebel ne Domboros jetzt fahrrad d